Hallo meine Lieben, willkommen aus meinem neuen Set und heute ist mein Mann mit dabei. Ihr seht ihn ja leider immer sehr selten und heute habe ich gedacht, wir drehen mal gemeinsam ein Video, weil uns packt nämlich ein bisschen das Fernweh und wir wollen euch unbedingt erzählen, wie unsere allererste gemeinsame Kreuzfahrt war auf der Mein Schiff 2 letztes Jahr im Juli. Es jährt sich gerade genau ein Jahr und deswegen habe ich gedacht, nehmen wir das mal einfach zum Anlass und quatschen ein bisschen darüber. Wir nehmen euch mit auf unsere 14-tägige Reise, wie heißt die Kreuzfahrt nochmal, die gute, Adria. Östliches Mittelmeer plus Adria. Genau, so und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß daran. Aber als allererstes wollen wir euch gerne mal erzählen. Hallo Tuko. Weil Mann ist schon wieder. So, ihr Lieben, als allererstes wollen wir euch natürlich erzählen, wohin die Reise geführt hat, also die einzelnen Häfen und Länder. Erster Tag, Flug Köln Malta. Und wir hatten da natürlich erstmal einen Seetag, um alles zu erkunden und zu relaxen, was ja echt super entspannt war. Und nach dem Seetag waren wir in Piraeus. Das heißt, das ist der Hafen von Athen. Genau. Und dann ging es von Piraeus Athen ein Tag später nach Mykonos. Von Mykonos. Richtig, diese schönen kleinen weißen Häuschen. Und die Mühlen. Und von Mykonos ging es dann nach Bodrum in die Türkei. Genau. Richtig, heißester Tag. Heißester Tag, das war so heiß da gestorben. Und dann von Bodrum ging es dann... Dann hatten wir einen Seetag und sind dann nach Catania, Sizilien. Und haben das wunderschöne Örtchen Taumina. Ja, und von Sizilien ging es dann weiter nach... Zurück wieder nach Valletta. Nach Valletta, nach Malta. Genau. Und dann nach Wechselhafen. Das heißt, nach einer Woche die Leute steigen aus und die nächsten steigen ein. Ja. Und wir sind da drauf geblieben, weil wir machen ja eine 14-tägige. Und hatten so einen richtig entspannten Tag in Malta. Und haben uns da alles angeguckt. Und das war so ein top, top, top Ausflug. Und von Malta ging es dann nach. Catacolonne. Catacolonne. Und dann haben wir die Olympischen Städten besucht. Genau, richtig. Das war richtig cool. Mensch, war das eine Zeitweise. Boom. Und was haben wir dort bekommen? Einen Anschiss. Den Anruf. Ach ja, genau. Den Anruf. Von unserer Kiefer. In Catacolonne. Ja. In Griechenland. In Griechenland haben wir einen Anruf bekommen von der Kita, dass wir einen Platz haben bekommen für den Platz. Genau. Das heißt, wir hatten dort richtig was zu feiern, weil wir uns echt gefreut haben. Richtig. Genau. Sie sind nachgerückt. Der Moor hat einen Hintergastplatz. Und ich habe gedacht, ich habe wirklich gedacht, ich habe es jetzt richtig geworden. Ja. Ich habe mich gefühlt. Ja. Das war einfach so am Strand, am Meer, mit Sand an den Füßen. Das war super. Tja. Und dann von Catacolonne ging es dann wieder an Bord. Und dann ging es weiter nach? Korfu. Ach, Korfu. Und da haben wir uns angelegt. Wir uns angelegt? Ne, nicht wir. Sondern mit dem Beach Club. Ach ja, genau. Besitzer. Aber dazu stehen wir dann aber nochmal an die Korfu-Vinion. So. Und von Korfu ging es dann nach? Montenegro. Montenegro nach Budva. Budva haben wir besichtigt. Wie ist denn noch der? Das war so lustig. Koutor. Koutor. Der Hafen. Der Hafen ist Koutor in Montenegro. Und war der schönste Hafen. Schönste Einfahrt. Boah, die war sensationell. Da bin ich mit dem Noah. Ich war jetzt auch morgens um 5 Uhr irgendwie aufgestanden. Wir waren beide schon wachsinnig oben am Deck. Und die anderen Leute auch schon. Weil man da in so Fjorde halt in Norwegen fährt. Und links und rechts wirklich so die Berge hochgehen. Hammer. Bilder werdet ihr auf jeden Fall sehen. Genau. Im Koutor-Video. Genau. Und dann ging es von dort aus weiter nach Kroatien. In den Hafen von Dubrovnik. Genau. Ja. Auch sehr, sehr schön. Wunderschön malerisch. Und eine ganz tolle mittelalterliche Stadt. War aber auch gut heiß da. Das war so heiß da. In der Altstadt. Das war so heiß. Genau. Und von Dubrovnik ging es dann nach. Wieder zurück nach Balletta. Und von Balletta. Ja, wir hatten dann wieder einen Seetag. Ein Seetag bestimmt. Richtig. Ja, dann sind wir wieder in Balletta. Und von Balletta dann morgens zurück ausgeschifft. Und dann, ja, können wir ihn zurück. Ja, seht ihr? Ja, hier sitzen wir. Richtig. Gestrandet. Ja. Ja. Klapp. Klapp. Dann machst du nix. Wir werden aber auf jeden Fall die einzelnen Orte, weil sonst wird das zu lang, mit den Highlights aus den jeweiligen Häfen und Orten und was wir sogar im Zeitziel gemacht haben, von Video zu Video für euch präsentieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Okay, lasst es uns wissen. Nämlich, wir lassen jetzt hier mal den Film ablaufen, den ich vorher geschnitten habe. Und nicht, dass ich euch wundere, dass wir mal wieder drauf gucken. Also, ihr werdet diesen Film aber auch jetzt mit uns gemeinsam sehen. So, hier seht ihr praktisch, wie wir gemeinsam die Koffer gepackt haben. Denn wir verreisen ja nicht alleine, sondern mit Kleinkind und hier sind wir bereits im Zug auf dem Weg zum Flughafen. Und weißt du noch, wie... Das war eine ganz schöne Schläfferei, muss ich dir sagen. Hier, guck mal, da schiebe ich drei Koffer. Genau. Über den Bahnsteig. Noah hat die ganze Zeit... Jetzt schön geratzt. Geratzt, genau. Du warst noch bei McDonalds, weißt du noch? Ja, ja, ich hatte ja voll Hunger. Ja, morgens um... Was war das? Vier? Da sind wir eingestiegen in den Flieger. Ja. Ja, zum allerersten Mal einen eigenen Sitzplatz gehabt auch. Genau. Davor haben wir ihn ja immer auf den Schoß genommen. Der letzte Flug, wo wir ihn auf den Schoß genommen haben, boah, da habe ich das echt irgendwann als sehr schwer empfunden. Und jetzt hat er zum allerersten Mal wirklich einen eigenen Sitzplatz. Und ich fand das auch, glaube ich, ganz spannend. Das sind wir. Genau. Das erste Mal haben wir ein Bild gemacht und da haben wir von oben, von Deck 12, ein Foto gemacht und dann geht es auch schon los. Das ist der Blick vom Schiff auf Malta, auf den Hafen, in Malta, Terminalhafen. Ja. Das war so abgefahren. Das war echt so eine mega coole Reise einfach. Und wir haben uns einfach mal getraut, würde ich sagen. Und das auch noch mit dem Zweijährenden, denn Noah war damals noch zwei. Ja. Und das Coole war ja, dass wir so erstaunt darüber waren, wie penibel das Zollamt bei der Kontrolle ist. Also bei der Einschiffung läuft das so ab. Das sind ganz, ganz, ganz viele Terminals, wie am Flughafen beim Check-in. Und das läuft eigentlich genauso ab, wie am Flughafen. So muss man sich das vorstellen. Und man wird da relativ schnell abgefährt. Ja. Und dann wirst du jedes Mal, wenn du einschiffst, nochmal komplett kontrolliert. Also deine Taschen, der Kinderwagen, an jedem Hafen, egal wo alle ausgeschifft sind, wurde der auch nochmal mit so einem speziellen Antidrogen, keine Ahnung was, Substanzen fest kontrolliert. Und damit auch jeder safe an Bord geht. Und das macht man ja wirklich an jedem Hafen. Du steigst ja aus und du betrittst ein anderes Land und steigst wieder ein. Das ist ja wirklich, wie wenn du irgendwo landest, über, durch die Flughafenschleuse gehst und gehst dann mit dem Flugzeug woanders hin. Und das ist jedes Mal genau dasselbe, dieselbe Sicherheitskontrolle, nur mit dem Unterschied, dass ich das auf der Kreuzfahrt viel, viel krasser fand. Also so wie die da kontrolliert haben, haben die auch nie auf den, noch nie am Flughafen kontrolliert, fand ich. Und das ist so extrem aus. So, auf jeden Fall für uns war es sehr, sehr cool an Bord zu gehen mit Kleinkind. Und dieses Video richtet sich ja auch in erster Linie auch an Eltern mit Kleinkind, die sich vielleicht überlegen, eine Weise zu machen und sich unsicher sind. Schreibt uns einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir jetzt gerade vielleicht nicht beantworten. Ich werde auch im Anschluss dieses Videos, werde ich auch noch eine Stunde online sein, auf Instagram unter diesem Post zu diesem Video. Und da beantworte ich euch auch gerne alle möglichen Fragen, die euch jetzt nicht beantwortet werden. Und ja, also wir haben es auf jeden Fall gemacht, wir haben uns getraut und wir sind an Bord mit dem Kleinkind. Ich habe mich einfach nur auf den Moment gefreut, nur auf dieses große Schiff heiß zu machen und ihm das zu zeigen. Das war natürlich total überwältigend, ihm das entlangzufahren und ihm das zu zeigen. Und ja, das ist einfach so das. Und Mamas haben einfach andere Dinge im Koffen, das ist ja auch gut so. Und deswegen hast du dann die Facebook-Gruppen etwas gestalkt. Genau, habe ich still mitgelesen und habe auch so mitbekommen, wie sich das verhält mit dem Winde, mit dem Schwimmen, mit dem Kids Club. Und der Kids Club ist, Leute, der ist super. Ich habe in allen Urlauben, wo wir jetzt waren, noch nie so einen Bomben Kids Club gesehen. Und vor allem, der ist nicht nur was für kleine Kindergartenkinder, sondern auch was für heranwachsende Kinder und Jugendliche. Dann gibt es so eine sogenannte Teens-Lounge. Es gibt auch für größere Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren irgendwie auch so richtig coole Sachen. Die basteln mit den Kindern, die machen richtig auch Unterricht, aber so coole Sachen, so ein bisschen Marco Polo-Style von Land zu Land. Und was gibt es für Sehenswürdigkeiten und auch angepasst an die Reise. Und ich fand das richtig spannend und der Noah, der rannte immer da zwischendurch und fand das total toll. Und es gibt vor allem auch für kleine Kinder auch noch das sogenannte Babynestchen. Und da gibt es auch so die Kleinkindspiel-Sachen und da hat der Kleine Mann sich richtig wohl gefühlt. Also es war auch herzerwärmend und vor allem auch beruhigend für uns als Eltern, den kleinen Mann da so happy zu sehen. Und wir durften ihn noch nicht komplett abgeben, sondern das kann man erst mit drei Jahren machen. Und wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel auf Kreuzfahrt gehen, dann können wir ihn auch sogar abgeben. Und das Gute ist ja, der Noah ist ja jetzt auch Kindergarten erprobt. Er war vorher noch nicht in der Kita gewesen, aber jetzt ist er Kita erprobt. Und dann wird es auch ein einfaches sein, ihn dort abzugeben. Das heißt, dann können auch Mama und Papa auch mal im Grund chillen oder auch mal einen schönen Landausflug machen. Und ein halbtages Ausflug genießen irgendwo mit Wandern, mit Biken oder irgendwelche anderen Gletscher, Vulkanen, Schluchten erleben. Ja. Captain Sharky. Captain Sharky. Genau, das Maskottchen von da mein Schiff ist ja Captain Sharky. Richtig. Und dieser Captain Sharky rät er immer rum in so einer Living Doll Kostümgeschichte. Und der macht das... Das ist natürlich ein super Job, ne? Wenn er irgendwie so im Sommer bei Letta 35, 40 Grad dann damit so ein Kostüm durch die Gegend rennen muss. Also Kompliment erstmal an denjenigen, aber die bemühen sich da wirklich so sehr, machen das so professionell auch. Also, ja, also die Kinder sind da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, und die gehen da mit den Kindern essen. Machen da eigene Ausflüge. Machen eigene Ausflüge mit den Kids. Genau. Wenn man das möchte als Eltern, kann man die Kinder dafür anmelden. Mit den ganz Kleinen glaube ich nicht, sondern ab einem gewissen Alter. Und dann können die Eltern auch mal was alleine machen, ne? Und vielleicht auch mal eine Abendveranstaltung besuchen. Genau. Weil der Kids Club hat ja bis 10 Uhr geöffnet, richtig? Genau. Das heißt, Eltern können auch mal abends gemeinsam in Ruhe, was leckeres Essen in Ruhe. Oder mit dem Kind gemeinsam was essen, das Kind dann nochmal vielleicht abgeben und dann nochmal eine Show besuchen. Das haben wir nämlich nicht gemacht. Wir waren nicht ein einziges Mal und Leute, ich sag's euch, wir waren 14 Tage auf Kreuzfahrt. Wir haben es nicht einmal geschafft, eine Show zu besuchen, weil wir natürlich ein kleines Kind hatten und waren auch dementsprechend auch abends irgendwann mal entweder auch in der Außenalster war. Ich werde euch da mal ein Bild einbetten. Und die Außenalster, das war so ein bisschen so unser Favorite Place. Und, ähm, oder auch Deck 4 oder 5 oder was das war, hinten auf dieser, wo man sich so schön ablegen konnte in diesen runden Sesseln, weißt du? Ja, das war auch ganz, ganz chillig und, äh... Recht nah an den Schiffschrauben, wo man das so gehört hat und so und es ist Meeresrauschen und das war... Das war ganz toll. Das war ganz toll. Das war so viel passieren, dass ein kleiner Mann hat dann in seinem Bettchen geschlafen und wir konnten auch noch ganz entspannt auf dem Balkon sitzen. Ja, da haben wir noch einen leckeren Espresso-Café getrunken oder wir saßen sehr lange in der Außenalster war, sehr lange oft, teilweise bis 11 Uhr oder so. Der Moor und seine Kinder waren, hat dann geratzt und was ich so erstaunlich fand, ist, dass der Moor auf dieser Reise richtig gut geschlafen hat. Wahrscheinlich durch das Meeresrauschen und diese Meereslucht und keine Ahnung, aber auch wir haben richtig gut geschlafen auf dieser Reise, weißt du noch? Ja. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man halt im Urlaub ist und fremdes Bett und anderes Kopfkissen, aber selbst wenn man ein Kopfkissenprobleme hat, geht man einfach in die Rezeption und sagt, ich hätte gern anderes Kopfkissen, härter, weicher Mittel und das kriegt man dann auch. Alleine so dieses Meeresrauschen und dieser Weitblick, den man da einfach hat, das ist so entschleunigend und beruhigt total. Das hat uns total geflasht. Nach diesen 14 Tagen von Wodka und einem mega Smiling-Gesicht und denken echt immer nur mega geile Reise. Und auch heute noch ist es bei uns fast täglich irgendwie ein Gespräch mit Uwe, also wir zerren dann immer noch von. Es ist einfach so toll gewesen. Es ist top organisiert. Also das muss man wirklich sagen, die TUI ist wirklich top organisiert. Ob es die Landausflüge sind, ob es die Restaurants sind. Also es ist jeder Mitarbeiter. Ich habe nicht einmal etwas Negatives erlebt. Die sind alle, die sind super cool drauf. Die sind witzig. Die sind sehr zuvorkommen. Also auch wir gerade mit Kind, wo du immer wieder denkst, so boah, hoffentlich vielleicht stören wir die Nachbartische oder sowas. Es ist immer genug Platz zum Nachbartisch. Ob wir jetzt im Atlantik-Restaurant waren oder ob wir jetzt im Ankelmannsplatz waren mit Noah, was mal ganz praktisch war für uns mit Noah in dem Buffet-Restaurant. Da sind wir meistens direkt nach dem Sonnenbaden mit ihm da kurz rein. Er hat da ein bisschen seinen Kram gegessen und dann haben wir uns nochmal abends richtig fertig gemacht und schon ungezogen, schick gemacht, geduscht und fein gemacht. Dann sind wir nochmal ins Atlantik gegangen und dann haben wir uns da nochmal in Ruhe hingesetzt und haben unser Abendessen genossen à la carte. Und da konnte man auch wählen zwischen Fischfleisch und vegetarisch und so weiter. Und an einem Tag hat Noah nicht so gut gegessen und da, die waren so zuvorkommen. Ich weiß gar nicht, wie diese Opa-Fellnerin da hieß, wie diese Superweiserin. Die hat extra, die war super, was braucht ihr? Unglaublich. Ich sag, es wäre, es wäre, es wäre, es hätte ich gerne für ihn einfach nur so gestampfte Bananen mit Haferflocken, weil da kann er die nachher essen. Nee, nur einen Apfelmus. Gestampfte, gestampfte Bananen mit Apfelmus. Genau, mit Apfelmus. Hat die gemacht. Dann kamen sie wirklich mit einem riesen Müsli-Topf, mit einer Müsli-Schale und hat mir das Ding noch abgedeckt gebracht, sodass ich das mit aufs Zimmer nehmen durfte. Und es ist eigentlich so, man soll nichts mit aufs Zimmer nehmen. Aber er sagte, nehmen Sie es mit, stellen Sie es in den Kühlschrank, wenn der Kleiner das aufgibt, dann lassen Sie es da stehen. Das Home, das Housekeeping nimmt das mit. Ja. Oder Boardkeeping. Und das ging immer so, immer wenn irgendwas war oder irgendwas ist oder die haben den Kleinen gesehen am Tisch, braucht der Kleiner was. Spitzel ist, sondern wir müssen nicht spitzel auf irgendetwas achten und so weiter und es war immer so mega easy, weil wir haben uns sehr, sehr abgeholt gefühlt. Und das war so schön, dass man so herzlich und nett empfangen wurde und umsorgt war. Der Kleiner hat immer was zu malen bekommen. Es gab immer Stifte, es gab immer irgendwie so ein Bild mit Captain Sharky oder irgendwas. Oder eine schöne Kinderspeisekarte gab es immer mit den Kassikern oder irgendwas, was Kinder sowieso total gerne mögen. Und was wir so zusammenfassend sagen können ist, es ist nicht so voll, wie man es sich vorstellt auf einem Schiff. Weil man hat immer Rückzugsmöglichkeiten. Wir waren teilweise auf ganzen Decks ganz alleine. Das mag man sich ja gar nicht vorstellen bei über 2000 Passagieren, also Gästen. Also wir sind ja eher so, wir suchen auch gerne einfach unsere Ruhe und gerade nur, wenn er Mittagsschäfchen macht, dass wir auf der Liege irgendwo liegen konnten. Er war in seinem Kinderwagen und da haben wir immer immer geguckt, wo es frei ist und es gab immer genug Platz. Es ist ja auch so, das verteilt sich ja auch bedingt durch die Landausflüge. Du hast ja Leute, die machen vormittags dann ihre Landausflüge, dementsprechend ist es dann da ein bisschen was leerer. Da gibt es Leute, die machen nachmittags ihre Landausflüge und so verteilt es sich ein bisschen. Und gut, an den Seetagen ist es natürlich schon ein bisschen was voller, da schadet sich das dann auch so alles um den Pool herum. Aber auch das geht irgendwie. Ja, es geht, weil jeder ist mal irgendwie essen, der andere ist irgendwo. Macht mal Sport zum Beispiel, das haben wir auch echt eingestreut immer. Top-Fitnesscenter, muss man wirklich sagen, super. Also richtig großzügig, sehr geräumig und super Geräte, die haben sehr schöne Kursräume, bieten auch sehr gute Kurse an. Ein paar Kurse mit Aufpreis, einen habe ich mit Aufpreis gemacht, das war irgendwie so ein Box-Workshop, war ganz cool, ging über 90 Minuten. Es gibt super viele Spa- und Wellnessangebote, die man dort in Anspruch nehmen kann. Wir haben das alles irgendwie gar nicht gemacht. Wir haben weder irgendwelches Paargeschichten in Anspruch genommen, noch irgendwie Sauna, weil immer einer ja beim Kind sein musste. Und das ist aber dann der Vorteil, wenn er jetzt drei ist und wir dann nochmal aufs Schiff gehen, dass wir dann auch mal Dinge gemeinsam zusammen genießen können. Weil so war, wenn man halt abwechselnd im Gym, der andere beim Kleinen, wenn man es wirklich drauf anlegt kann, man gibt es den ganzen Tag von morgens bis abends irgendeinen Workshop machen. Ob es jetzt irgendwie ein Sushi-Workshop ist oder ein Koch-Workshop ist oder irgendwie was Künstlerisches oder Bilder gestalten. Ob es ein Foto-Workshop gab es auch, wie man seine Kamera richtig einstellt, weil man sah wirklich sehr, sehr viele Spiegelreflexkameras auf der Reise. Natürlicherweise, ist ja klar, logisch. Bei den ganzen Sonnenauf und Sonnenuntergängen, gerade so auf dem Wasser, so sensationelle Bilder. Und abends haben die so richtig super tolles Ensemble und richtig tolle Shows. Wir haben das auch nicht in Anspruch genommen und selbst wir hatten nicht mal eine Sekunde Langeweile. Also, ich erinnere mich auch noch einmal, da habe ich Pilates an Bord gemacht auf Deck 12, ganz oben auf dem Golfplatz. Oben ist auch noch ein Golfplatz und das war auch so toll, steht man da in seiner Pose und dann blickt man einfach an die Ferne und man sieht einfach nichts. Es ist nur Wasser und der Horizont und da kommt der Himmel und das ist so, ja, so eine schöne Vollkommenheit und einfach nur ein wunderbares Gefühl hier sein zu dürfen. Okay, wir sind so eine Wünnsprecher, einen wunderschönen Abend und... Arrivederci! Nee, Schiff Ahoy! Schiff Ahoy! Petri Heil! So, äh, du musst da ein Mikro dran eigentlich? Ja. Die ganze Zeit? Nein, wir sitzen ja nah dran. Achso, er war ja höchstlich gar weh. Jetzt wäre natürlich besser, wenn wir spielen, weil wir heiden ein bisschen. Ja. Aber naja. Und was laut ist, ist der Server. Der wird uns richtig stören beim Bild, weiß ich jetzt schon. Ja. Haha. Island. Und wir zwischen euch ist und qui mit Kamera. Ich finde, open'... Musik. Musik.